Dieses Video zeigt, wie man den Standort des TBS-Trackers per SMS abrufen kann. Die SIM-Karte muss dazu eingelegt sein und das Gerät muss eingeschaltet werden. Nachdem dann eine Nutzernummer per SMS am TBS-Tracker registriert wurde, reicht ein kurzer Befehl D, W und Raute, um den Standort des Trackers zu erhalten. Der GPS-Tracker ermittelt den Standort per GPS oder GSM. Man erhält eine SMS mit dem Google Maps Link. Am Smartphone kann man den öffnen und sieht dann auf der Karte den Standort des Trackers.